Hallihallo netzlich, willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer Ausgabe. Endlich ist es wieder soweit, Cops vs. Racer Most Wanted. Der eine wird wieder gejagt von einer ganzen Kolonne von Cops, wie zum Beispiel hier von diesem ganz besonderen Audi R6 von unserem Polizeipräsidenten. Und das ist diesmal eine Premiere, denn ursprünglich sollte das Asset machen. Der hat aber gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, deswegen macht es jetzt Latschka. Nee, eigentlich musste Asset es machen, aber es gab andere Probleme. Deswegen, ja, Latschka, wie fühlst du dich gewappnet für diese Aufgabe als Präsident? Ja, man wächst mit seinen Herausforderungen, sage ich nur so viel dazu. Ja, das ist ein weißer Spruch. Da haben wir ja auf den Tisch geklopft, der hätte von mir sein können. Man wächst mit seinen Herausforderungen, deswegen. Ja, wir müssen ja mal neue Präsidenten ausbilden. Das kann nicht immer nur Vince, Andi und ich sein. Deswegen finde ich das eine super Sache. Unterstützen wir aber trotzdem von Asset. Nee, der Grund, warum Asset das nicht machen kann, ist, es gibt da so eine Einheit und die hat nicht jeder. Oder das Fahrzeug hat nicht jeder, weil es ein bisschen besonderes Fahrzeug ist. Aber das sehen wir vielleicht später noch. Ja, mit dabei haben wir noch Andi, Asset, wie schon erwähnt. Beta-Effekt, Fly High, J.K. Latschka, wie schön eben vorgestellt. Muffin-Heiler, nur 24 Stunden Racers, Crax Gaming, Fahe und Kami Karze. Grüß euch! Grüß euch! Hallo! Servus! Hallo! Servus! Hallo nochmal! Ja, und wie immer, das Format schläft nicht. Wir sind ja immer ein bisschen am Weiterentwickeln und gerade für die Hinterradantriebseinheiten war das ja immer so, oh, der Racer fährt Offroad, wir können nichts mehr machen. Jetzt können sie was machen. Sie können sich nämlich sozusagen ans Ende des Offroad-Weges teleportieren, wenn sie denn möchten. Und ja, das gucken wir mal, wie das funktioniert. Dazu sage ich aber gleich nochmal mehr, denn ich werde jetzt erstmal hier in mein Racer-Gerät verschwinden und hoffentlich entkommen. Mal schauen. Das Ding fährt sich auf jeden Fall perfekt, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, es fährt sich wie eine Zicke, aber nee, perfekt. Ich werde damit euch rasieren. Ihr habt keine Chance. Ich sage es euch schon mal. Also, ich mache jetzt erstmal ein Foto. Das habe ich nämlich noch nicht. Ich habe mich nicht verdrückt, aber ist egal. Sieht sogar ganz gut aus, das Foto. Nur für den Fall, dass du dich selber versenkst im See, wie werden wir das erfahren? Ich werde den Teamspeak verlassen und eine Woche nicht mehr auftauchen. Vor Scham. Das könnte vielleicht der Grund sein. Aber ich glaube, die Zuschauer warten, dass es endlich losgeht mit der Action. Und deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich gebe euch gleich das Startsignal und dann, ja, viel Spaß einfach. Mehr nicht. Erfolg wünsche ich mir selber. Ja, tschüss. So. Kenne ich nix. Ja, dann würde ich sagen, verlieren wir da jetzt wirklich keine Zeit. Aber, ja, ist doch auch mal eine ganz sympathische Anmeldung, würde ich sagen. So ganz locker flockig. Ja, ich gebe das Startsignal und go. Auf geht's. Ja, wir sind mit dem ATS GT unterwegs. Ein ganz besonderes italienisches Fahrzeug, was den Motor eines McLaren 12C hat. Allerdings ein bisschen getunt. Ja, in der zweiten Runde wird Andi dann wieder Racer sein. Und wir beide werden eben so eine genannte Hinterradantriebseinheit fahren. Allerdings er jetzt im Camaro, soweit ich weiß. Ich werde dann in den M4 steigen. Und ja, uns ist halt einfach aufgefallen, dass wenn der Racer sich öfters mal Offroad bewegt, dann, also in den Schotterweg bewegt, dann ist es halt für die Einheiten immer ein bisschen blöd, weil die einfach dann außen vor sind. Und dadurch versuchen wir, dadurch ein bisschen das Ganze actionreicher zu machen, zumal die Cops in der letzten Zeit ein bisschen unterlegen waren. Gerade wenn der Racer sich echt gut angestellt hat. Also das könnte heute echt eine interessante Kiste werden. Und des Weiteren ist es auch so, der Racer darf nur noch einmal auf dem Offroadweg sein. Er muss danach, egal was ist, direkt auf dem Asphaltweg zurück. Muss dann auf jeden Fall einen kurzen Asphaltweg einschlagen, bevor er wieder Offroad fahren darf. Oh, die KI. Ein bisschen am rumzuckeln. Oh, da will ein Track Race. Hallo, hallo. Ich darf nicht anhalten, sonst hätte ich jetzt angehalten. Aber ich glaube, gegen P1 habe ich wenig Chancen. Ja, ich habe auf Hinterradantrieb weiterhin gebaut, also ich habe jetzt keinen Allradumbau oder sowas gemacht. Sprich, meine LI ist jetzt hier auf 920. Denn beim Racer LI haben wir es ja so geregelt, wie es im Regelwerk steht. Außer die Hinterradantriebseinheiten plus 5 LI. Und da steht ja beim Mittelmotor Hinterradantrieb 915. Irgendwo sind die 5 920 aufgebaut. Am Motor habe ich nicht so viel verändert. Ich habe ein bisschen mehr Leistung, ist am Start, definitiv. Aber weitestgehend habe ich mehr ins Fahrwerk, in die Reifen und so weiter investiert, damit ich einfach da ein bisschen gut aufgestellt bin. Ja, und Power hat er auf jeden Fall mehr als genug hier mit diesem McLaren-Motor. Ja, Fahrzeug habe ich ja mal in der Let's Play-Folge ausführlichst vorgestellt. Die Folgen-Nummer weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber einfach mal die Playlist auschecken. Da findet man es sich sicherlich. Mal ein bisschen nach hinten gucken. Ich dachte gerade, was macht denn der Passant? Dann ist es ein Kopf. Leider aber nicht gut. Panik auf der ATS-Titanic. Kommt da rum, kommt da rum, kommt da rum. Da kommt nochmal einer von vorne. Schon gesehen. Ha, ausgewichen. Ja, Frühling sieht einfach geil aus in dem Spiel, aber ich sollte mich jetzt nicht von der Szenerie ablenken lassen. Auf die Autobahn. Oh, du und der X5, du stehst mir gerade echt im Weg. Und da rüber. Weil eigentlich ist es dumm, ich fahre jetzt voll im Gegenverkehr. Und zurück. Oh, da kommt was entgegen. Oh. Glück gehabt. Da kommen sie alle. Uh. Vielleicht war es doch nicht so dumm. Ich wechsle mal wieder zurück. So. Das geht ja schon richtig zur Sache hier, aber so ist gut. So ist gleich Action drin. Oh, da fährt sie sogar ganz gut. Am Anfang, als ich das aufgebaut habe, fuhr sich das richtig kacke. Dann habe ich richtig viel Zeit ins Feintuning reingesteckt. Das Problem ist allerdings bei Fahrzeugen, die sich am, oder zu Beginn kacke fahren und nur durchs Feintuning gut fahren, die sind beim ersten Schaden echt scheiße. So, und Acid nutzt den Drohnenmodus. Er ist nämlich der Aventador, schrägstich Overwatch, Fahrereinheit, wie auch immer. Das heißt, der wird jetzt gleich wissen, wo ich unterwegs bin, aber alles halb so wild, würde ich sagen. Habe ich gar kein Problem damit. Die können ruhig wissen, wo ich bin. Ich muss gerade mal checken, ob die Aufnahme hier überhaupt läuft. Und zwischendrin ist es vielleicht nicht so effektiv in der Verfolgung, aber ja, läuft alles gut. Sonst würdest du jetzt auch nicht sehen, aber in dem Moment ist man also nicht immer so sicher. So, jetzt muss ich aber dann irgendwann hier auch mal wieder weg. Ja, Overwatch ist drei Minuten. Wir haben die Overwatch-Zeit auch ein bisschen angepasst. Also die ist nach wie vor zwei, drei Minuten, aber die Zeit zählt nicht ab dem Punkt, wo das im Chat quasi getriggert wird, sondern ab dem Moment, wenn er auf der Karte ist. Das heißt, wenn er das macht im Chat, dann weiß ich nur, okay, jetzt geht es dann los. Jetzt sind es dann ungefähr Pi mal Daumen. Ich dachte schon, das ist ein Cop, der da steht. Das ist so ein Mini. Voll die Paranoias schon hier. Ne, aber dann weiß man halt so Pi mal Daumen, okay. Jetzt ist hier Action. Aua! Das tut auch weh. Da kommen die Nächsten. Aua! Das tut auch weh. Okay, so, jetzt bin ich mal gespannt, wie dieses Fahrzeug gleich fährt. Oh, immer mehr, immer mehr. Ja, eigentlich Offroad attackieren ist eigentlich nicht so erlaubt, Leute. Das finde ich wieder echt nicht cool. So, jetzt haben wir aber auch ordentlich Schaden vorne. Jetzt mal gucken, wie es sich fährt. Ob sie sich jetzt wieder so kacke fährt wie zu Beginn und das Feind-Tuning für den Arsch ist oder nicht. Okay, das Ding zieht auf jeden Fall schon mal gut nach links. So ist der M4 so schnell, finde ich cool. Aua! Das war nicht so nice. Das hat auf jeden Fall ordentlich weh. Ich habe da auch eigentlich nichts getan. So, jetzt muss ich aber ganz schnell abhauen. Am besten repariere ich mich eigentlich auch gleich. Ja, Action ist auf jeden Fall drin. Und Spiegel sind auf jeden Fall ab. Ja, aber die machen das schon mal ganz gut auf jeden Fall. Fahrzeug ist, weiß ich noch nicht, das ist auch gerade nach der Straße, ob sich das so geil fährt. Ich versuche mal Richtung Festival zu fahren. Das ist das jetzt zumindest mal meine Idee. Könnten wir jetzt allerdings auch gleich eine Straßensperre der Cayennes vorstellen, dass die hier irgendwo auftaucht. Deswegen ja immer so eine gefährliche Sache. Aber so schlecht fährt er sich gar nicht. Wird sich vielleicht im Einlegenverhalten sogar jetzt besser. Ja, da ist wieder einer dran. Ja, ich muss hier echt aufpassen. Mein Motor ist noch ganz okay vom Schaden, aber trotzdem muss ich da jetzt ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott, ich kriege die Kurve nicht mehr. Ist das ekelhaft. So, die Cayennes. Wann da Cayennes? Ich habe keine Cayennes gesehen. Action ist am Start. So viel kann man schon mal sagen. Ja, bis jetzt habe ich noch keinen Offroad-Weg genutzt, aber ich bin mir auch gerade echt nicht so sicher, ob ich mit der Einheit, würde ich schon sagen, mit dem Fahrzeug hier, wirklich auf den Schotter fahren möchte. Gerade wenn es jetzt so halber nass die ganze Zeit ist. Oh Gott, das Fahrwerk, ey. Richtig bouncy. Der hüppelt und hüppelt, obwohl ich die Federn ultra hart gemacht habe, aber da sind wohl die Federn aus der Halterung gesprungen. So fährt sich es zumindest mal. Ja, ich halte mal am Ziel fest, Richtung Festival zu fahren. Ob das dann gut oder schlecht ist, werden wir gleich noch feststellen. Potenziell sind hier ja in der Gegend drei bis vier Einheiten stationiert. Aber da die jetzt sowieso alle in der Verfolgung sind oder waren, sind die sowieso verteilt. Und warum dann nicht in, ja, der Auge der Gefahr blicken? Und ja, ich weiß, da ist gerade ein Kopf entgegengekommen und er wird mich auch gesehen haben. Aber sei es drum. Ich mache jetzt Special Tactics, ich fahre hier außenrum. Und vielleicht repariere ich mich auch nicht. Ja, ich weiß es nicht. Es ist halt immer Gefahr, wenn man sich repariert, dann ist man halt erstmal... Dann ist man halt erstmal kurz im Stillstand. Oh, da ist einer. Aua. Das tat weh. Komm aber auch gerade aus allen Ecken, ey. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. So, da vorne können jetzt gleich wieder... Problem ist, der Weg ist so schmal. Da können jetzt halt echt wieder ein Cayenne gleich kommen. Da war schon einer. Wie schnell kam er jetzt wieder hier hin? Groß! Oh Gott, ich komme gar nicht mehr um die Ecken. Okay, komm, hier lang. Es darf auf jeden Fall nicht der Präsident oder der Aventador an mir dran sein. Sonst habe ich, glaube ich, echt ein Problem. Okay, mein Ziel ist Strand. Ich muss jetzt irgendwie in den Strand kommen. Aber wie? Das ist die große Frage. Oh Gott, das Ding fährt sich gerade echt nicht geil. Wenn ich mich doch reparieren soll. Oh Gott, oh Gott. Ich kriege die Kurven nicht mehr. Oh mein Gott. Das Ding ist einfach zerstört, was das Fahrwerk betrifft. Ich schieße mich hier schon komplett selbst ab. Und wieso muss der Verkehr so scheiße sein? Ich wollte jetzt eigentlich da rechts abbiegen. Ach komm, scheiße, ich fahre jetzt einen anderen Weg. Was soll der Geiz? Das Ziel ist es erst mal nach wie vor der Strand. Da steht einer am Pausenmenü. Bin ich auch komisch. Dann will ich da mal nicht langfahren. Sonst sieht er ja, das ist ja langfahren. Aber ich kriege gar nichts mehr hin. Ich muss unbedingt mich reparieren, ey. Aber hier gibt es gerade nichts. Okay, VIP wäre noch eine Möglichkeit, da hoch wieder fahren. Weil ich mache das einfach. Und an dem Strand sehe ich jetzt gerade echt ein bisschen die Problematik, da überhaupt hinzukommen. Ja, ich fahre nochmal hoch Richtung VIP vielleicht. Oh, Vorsicht, schnelle Kurve. Oh, der zieht halt so ekelhaft nach links. Und ihr seht ja, wie der rumhüpft, ne? Richtig bouncy. Dämpfer, Federn, poh. Irgendwie alles am Arsch. Ich will mich doch noch reparieren. Oder ich fahre zur Farm. Mal gucken. Wenn jetzt eine Overwatch kommt, dann gehe ich nicht zur Farm. Wenn es bis dahin noch nicht kommt, fahre ich zur Farm, um mich zu reparieren. Oh. Mal gucken. Oh, das war natürlich super schlau. Aber, Alter, komm, der springt auf der Vorderachse. Das ist ja was wie so ein Lowrider. Mit Hydraulik. So, küten, küten, küten. Das geht doch nicht. Das ist doch ein italienischer Sportwagen. Da kann ich nicht rumhüpfeln. Wie eine Hüpfelburg. Alter, wie der rumpounced. Ich habe das Fahrwerk so hart gelegt, ey. Aber ja, das siehst du mal. Wenn es kaputt ist, dann ist nichts mehr mit hart. Dann ist es wieder weich. Und dann ist... Uiuiuiuiui. Oh Gott. Das fährt sich so kacke, ne? Ne, ich gehe zu VIP. Das ist mir zu risky. Weil die werden direkt bestimmt jetzt gleich sowieso eine Overwatch zünden. Das war klar. Aber auch wenn er jetzt weiß, dass ich mich da repariert, ist mir das scheißegal jetzt gerade. Ich muss mich... Ich kann das... Ich halte das nicht mehr aus. Ich hoffe jetzt nur, dass sie die Cayenzen nicht so schnell dahin ordern. Sonst ist es kacke, aber das ist mir jetzt auch egal. Mein Merk kaputt in der Front geht eh nicht mehr. Brems, Bremser. Bremsen sind halt auch nicht mehr existent. Oioioioi. Ja, ich weiß. Bin dann VIP vorbeigefahren. Ich mache ne Finte. Ich hoffe, das war ja eine schlaue Idee. Okay. Ja, wunderschön, Lecklutsch. Ich bleib mal hier für ein paar Minuten. Nee, lieber nicht. So, und raus, ja. Und jetzt aber ganz schnell hier weg. Oh, mein Glück ist mein Auto wahrscheinlich gleich wieder kaputt. Ich muss erstmal wieder drauf klarkommen, dass das Ding jetzt wieder gut fährt. Jetzt kurz überlegt, ob ich wieder nach rechts abhauen soll, aber... Hm, nee. Lassen wir mal. Problem ist, ja, wir werden jetzt ganz viele Einheiten gleich in die Richtung kommen. Müssen wir mal gucken, wie ich das jetzt am besten deichseln. Das ist eigentlich die gleiche Stelle wie vorhin, wo ich den ersten heftigen Kontakt hatte. Und vorher frei, komm. Fünfeinhalb Minuten noch, plus Overtime. Wem ist noch ist er im Overwatch, ich habe ihn gesehen. Das hätte fast schief gehen können. Gegen so ein Camaro will ich eigentlich echt nicht anecken. Ja, ich krieg irgendwie Tunnelblick. Ja, Tunnelblick ist echt richtig. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, die Errungenschaft. Hier habe ich jetzt gerade Tunnelblick als Achievement bekommen. Okay, jetzt ist er raus. Jetzt ist es Formsache. Da war nochmal ein Kopf. Ich gehe jetzt auf die Verbindungsstraße da vorne. Und die Fahrzeuge ändern wieder ihre Farben. Flip-Flop-Lack-Deluxe. Ja, jetzt Action von Anfang bis Ende. Aber auch ein bisschen Glück dabei. Definitiv bis jetzt. Aber das sind jetzt noch vier Minuten. Plus sich retten müssen. Also alles andere als einfach. Und man muss sagen, es ist ja weitestgehend echt ein neu zusammengewürfeltes Team. Ich meine, CVR haben da natürlich einige mitgespielt. Und klar ist Andi da auch mit dabei. Aber er hat halt eben nicht die leitende Rolle. Und das kann schon viel ausmachen. Deswegen muss man da ja auch nochmal sagen, die haben alles andere als einfach hier gegen mich. Das wird auch gleich auf der anderen Seite, wenn wir dann die Seite wechseln, nicht einfach sein. Aber ja, sind wir mal gespannt. Und wie gesagt, noch habe ich es nicht geschafft. Jeder, der die CVR-Folgen kennt, weiß, wie schnell sich das mal erledigt. Und wie gesagt, noch habe ich es geschafft. So, jetzt wäre natürlich geil, wenn ich mich hier retten könnte. Aber es ist noch nicht so weit. Deswegen. Okay, dann neuer Spot. Ich versuche es in Goebbels. In Goebbels. Denn in der Overtime darf man ja Goebbels ansteuern. Nur während der Runde nicht. Aber als Zufluchtsort ist er erlaubt. Deswegen fahren wir da jetzt einfach mal auf dem direkten Wege hin. Ich denke mal, dann werden wir da gut in der... Wow. Was war das? Eigentlich hätte er mich voll erwischt. Aber manchmal ist wohl das Glück auf meiner Seite. Aber der hat auch böse geleckt in dem Moment. Ich weiß jetzt mal jede, jegliche Schuld von mir. Aber gut. Jetzt wissen sie halt, wo ich bin. Oh ne, da vorne ist Forzaton. Da darf ich gar nicht hin. Nein, schon startet der Forzaton. Wie scheiße ist das denn? Ich muss jetzt umkehren. Das spielt ja völlig den in die Karten. Kacke ist denn das bitte? Ja, dann nix mit Goebbels. Dann doch wieder zurück zum Strand. Doof. Ja, einer ist auch rausgeflogen, sehe ich gerade aus der Kolonne. Das wird er wohl gewesen sein mit dem M4. Ich meine, es war ein M4, der durch uns durchgeklitscht ist. Oh, du verforzaton. Der macht mir alles zunichte. Dann flüchte ich mich halt. Ich habe eine Idee, wo ich mich hinflüchte. Und zwar zum Spawn der Cops. Zu Castle View. Das ist doch mal tricky. So, gleiches Overtime. Was? Du hast mich nicht gesehen. Chicken! Wir werden gleich sehen, ob sie zugestellt haben oder nicht. Ja, die neue Funktion für die Hinterrad-Einheiten ist noch gar nicht gekommen. Jetzt tut mir leid. Aber mit dem Fahrzeug wollte ich mir das aber eigentlich echt nicht antun, da irgendwie auf Shotout-Schlamm oder sonst was zu fahren. Aber vielleicht sehen wir es ja in Runde 2, Andi, geht ihr gerne mal ein bisschen Offroad. Und ich glaube, das Ding ist geparkt. Wunderbar. Dann soll es das mit der ersten Runde gewesen sein. Und dann würde ich sagen... Was sage ich denn? Ja. Ne. Oh, jetzt habe ich Radio angemacht. Das wollte ich nicht. Ich bin mit meiner Elektronik nicht im Reinen. Ja, egal. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen kurzen Cut. Ich wechsle auf die Seite der Cops und dann gibt es Runde 2 mit Andi als Racer. Auf der Delfinstraße Richtung Große Bauernstraße ein Rossion Q1 im Dunkellila. Sicher, dass es kein Nobel ist? Sorry. Ich musste das sagen. Es tut mir leid. Welche Straße nochmal? Delfinstraße Richtung Große Bauernstraße. Ich kann nicht sehen, in welche Richtung er an der Großen Bauernstraße abliegt. Halt dich mal Position. Wollt sie gar nichts. Ja, die will lustig langsam. Wir müssen mal fangen ja gerade so ein, so eine Polizeifunk-Edition machen. So mit richtig offiziellem Polizeifunk. Also so mit kommen, hört, Ende, over and out. Wir werden zwar nichts geschissen bekommen, weil wir uns damit so aufhängen werden, aber sei es drum, es wäre trotzdem mal lustig. Man könnte das im Vintage-CVR erproben. Ja, das ist so schnell, meinst du. Ja, die Autos sind so schnell. Ich glaube. Ich mache mich mal auf den Weg Richtung Autobahn. Ja, mich auch. Ja, dann mache ich mich auf den Weg. Und wo kommst du? Ich bin genau hinten dran. Hier ist ein Aventador-Treff. Sicher, dass es kein Aventador ist? Ja. Okay. Schade. Oh Gott, hallo M4. Ja, da hier ist er glaube ich schon lange nicht mehr, wo du jetzt gerade bist. Ja, ich fahre mal Autobahn nach Norden so ein bisschen die Richtung. Also ich stehe am nördlichen Kreisverkehr. Dann fahren wir parallel zu dir. Aber ich glaube, ich bleibe trotzdem ein bisschen in meinem Gebiet, weil... von dort aus könnte es praktisch überall hingefahren sein, deswegen bleibe ich mal hier auf meiner östlichen Seestraße. Ich fahre jetzt gleich auch zurück. Ich fahre noch hier oben einmal die Kreuzung ab. Kreuzung an der Kranichstraße über die Braunstraße. Und welche Farbe hat er noch mal? Dunkel-Lila. 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 Dunkel-Lila-Glass-Blau. Astmo-Rundstrecke, richtige Richtung. Ich versuche mal näher ranzukommen, er wird nicht geghostet, aktuell allerdings bin ich noch weit weg. Was, südliche Richtung? Richtige Richtung, sind jetzt quasi in der Haarnadel. Also in dem 60 Grad Term. Ja, diese ist eine Runde. Die macht zu 180 Grad ab. Der gibt eine Runde. Die Vorstandsziel. Okay, fährt jetzt quasi weiter südliche Offroad-Parkstraße. Richtung, Richtung Osten. Aua, ich hab mich jetzt nicht gekauft, ich bin weggegen. Ich hasse mich selber. Ah, ich find's nur witzig, weil Ray hab ich auch genau an der selben Stelle gefunden. Ich hab ihn voll ausgebreitet. Stimmt's. Du hast mich da ja auch, genau. Und ich dachte, was ist das für ein bekloppter Passant, der durch die Gegend fährt. Und dann hab ich gemerkt, ups, da hat er Blaulicht. Siehst du noch was, oder? Ja, wiegt rechts ab. Auch rechts. Das ist quasi wie ein Parkstraße Richtung Strand. Mhm. Ach, shit. Ist jetzt direkt über die Autobahn drüber. Ich bin gar nicht so weit weg. Fährt eine Autobahn? Ist über die Autobahn drüber. Nee, nee, der fährt über die Autobahn. Über die Tunnels quasi. Ja. Also der wird ein Delfin wieder rauskommen, wenn er da weiterfährt. Die Karjentz könnten vielleicht durch die Straße später machen. Bieg den Offroad-Weg ab. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Nach Norden oder Süden, Norden oder Süden, Norden oder Süden. Norden. Norden. Also, okay. Ich versuche mich auf die andere Seite. Ich hab genau wieder drauf geküsst. Wenn du dran warst, darfst du das. Ich war nämlich nicht dran, deswegen darf ich es nicht. Er wendet. Er wendet. Er wendet. Nicht Richtung Strand entgegen, also quasi wieder Richtung Autobahn. Ja, ich stehe an der Delfinstraße, heißt wir stehen falsch. Du musst auch trotzdem mehr kommen. Leichtes Abfliegen an der Stelle. Dann nehme ich jetzt die Hauptverbindungsstraße. R6, bleib rechts, bleib rechts. Bleib rechts, bleib rechts. Danke. Karjentz ist das, wenn ich nicht da. Sind Windpark in Richtung Osten. Immer noch kommen jetzt gleich zu dieser Dreieckskreuzung, sag ich jetzt einfach mal. Also diese Spitzige. Fährt aber nicht nach Norden, bleibt auf der Windparkstraße. Also quasi Gottfader, wenn man so möchte. Boah, ist sehr schnell, Alter. Leckt mich am Arsch. Ja, das dachte ich mir. Er fährt weiterhin, fährt weiterhin, fährt weiterhin. Kommt jetzt dann gleich zur Blumenhügelstraße. Ob er da abbiegt, weiß ich noch nicht. Er fährt weiterhin Windpark, Windpark, Windpark. Nee, er fährt Blumenhügelstraße. Was up? Hallo. Also Blumenhügel Richtung Norden hoch zur Verbindungsstraße, also Hauptverbindungsstraße. Auf der bin ich gerade, Hauptverbindungsstraße. Er biegt Offroad Richtung Windpark ab. Also Richtung Eliminator, wenn man so möchte. Ja, ich port mich da mal ganz schnell hin. Eliminator. Aber das ist so ein super kurzer Weg. Also er wird Verbindungsstraße rauskommen. Er fährt auf diesen gestrichelten Offroad-Wegler quasi rein. Dazu der Wind will der hoch. Hier rein ist er, oder was? Ja. Ja, das ist so ein... Er lasst ihn zurückkommen, lasst ihn zurückkommen. Er fährt allerdings wieder quasi dahin zurück, wo er gerade reingefahren ist. Ja, wir können, wir können, wir können. Ja, kommt wieder Verbindungsstraße raus, ist das korrekt? Ja. Also da, wo er gerade reingefahren ist, kommt er wieder raus. Er fährt Blumenhügel Richtung Norden. Ich bin verwirrt. Sag wo, Blumenhügel oder wo? Blumenhügel Richtung Norden. Wir fahren weiterhin geradeaus. Bitte nutzt mehr Himmelsrichtung, das ist viel einfacher. Richtung Norden immer noch. Offroad rein. Okay, ich komme euch genau entgegen. Ich komme euch genau, also nicht genau entgegen, aber ich komme bis jetzt quasi an diesem großen Sprungberg da vorbei. Ich komme von der 2 Millionenwille. Wir fahren jetzt durch diesen Offroad-Weg, wo die Blitzerzone ist. Genau, zurück auf die Trifftlubstraße sozusagen. Ja. Alright, dann weiß ich, wo ihr seid, aber ich bin nicht da. Kommt jetzt dann gleich, das müsste Trifftlubstraße sein, wo er rauskommt. Genau, Trifftlubstraße. Ich muss wissen, wo fährt er Richtung Trifftlubstraße lang. Ich fahr mal Richtung Autobahn. Die andere Einheit, die bei mir war, sollte mal Richtung Hauptverbindungskreuz. Er fährt Richtung Autobahn. Richtung Autobahn. Okay. Die Einheiten, die scheiße weit weg sind, die Camaros und so weiter, mal zu Castle View, dann könnt ihr da schneller hin. Sorry, dass ich das Wort ergreife, aber ich bin gerade on fire. Wir sind im Kreisel, biegen Richtung Norden ab. Schade. Ich sehe euch, ich sehe euch. Ähm, Kajenz, bitte mal zum nördlichsten Kreisel auf die Güterbahnhofstraße porten. Ja, am Ende, äh, da, an der Brücke. Macht was, an der Brücke. Bitte. Richtig, beim Brückeneingang, dass er vielleicht einen Pfeil hat erwischt. Er fährt, nein, er fährt weiter den Kreisel, er fährt einmal um den Kreisel herum. Okay, jetzt ist es wichtig, wo er fährt, er weiter. Er fährt, er fährt Hüterbahnhof. Also, Kajenz, da bleiben. Stehen bleiben. Kajenz, da stehen bleiben. Sehr gut. Achtung, ich komme noch. Hier kommt noch einer. Aventador, hast du Sichtkontakt? Ach man, das gerade nicht, gerade nicht, gerade nicht. Es wird mega wichtig, dass wir den dranklegen, den Aventador abdecken. Ja, ich habe den Sichtkontakt, fährt weiter die Chance. Fährt weiter. Wie du brauchen, musst du das noten, oder? Äh, ihr könnt sagen, wenn wir... Fährt Richtung Westen. Gott, ist der facken schnell. Ich bin abgeklogen. Ich komme ran. Versucht, dran zu bleiben als Aventador. Du bist die schnellste Einheit. Ich bleibe gerade dran. Er fährt Richtung PXH-Teststrecke Norden gerade. Ist er abgewogen. Mhm. Fährt PXH-Teststrecke, fährt PXH-Teststrecke in Richtung Osten. Auf der nördlichsten von der PXH-Teststrecke. Okay. Komm, ich hin. Geh. Kajenz, habt ihr euch gerammt? Äh, nein, nein, der ist mit... Er ist leider mit Null. Ah, schade. Ich bin die Meter zu weit außerhalb. Ah, PXH-Teststrecke, fährt er weiter. Fährt er weiter. PXH-Teststrecke fährt er weiter. Jetzt Richtung Süden. Camaro bist auf dem richtigen Weg. Ja. Aber ich habe gerade ein bisschen das Grün geküsst. Deswegen sehe ich ihn jetzt nicht mehr. Ich bin leider auch nicht. Hm, dann könnte er... Also er könnte Richtung Fluss runter, ist das korrekt? Ja. Nein, nein, ist wieder umgedreht. Nein, nein, ist wieder umgedreht. Ist wieder umgedreht. Wie geht es umgekehrt? Sud-Flying mit dem Südstreifel-Frogate rum. Auf welcher Straße ist er? Ja. Immer noch per Ex-Teststrecke glaube ich, oder? Fährt in die Driftzone, da an dieses Pinüppel von der Teststrecke. Nein, die Fahne. Immer noch an der Driftzone. Versucht mehr die Spur zu halten, als an die etwas langsameren Einheiten, damit die schnelleren an euch vorbeifahren können. Fährt jetzt nach Süden runter, Richtung Driftclub. Vorsicht, Karriere, wenn du zurückfährst, fährt Richtung Driftclub runter. Wie so ein Hummelschwamm, fährt den Offroad-Weg, ja wow, nicht alle bremsen. Ich habe mich geportet, ich muss ja da oben. Ja, aber der RS6 vor mir hat gerade gebremst, das hat er mich voll erwischt, bin nicht im Kopf gesetzt. Das Problem ist, ich weiß ja nicht doch, er fährt Richtung Verbindungs-Hauptstraße-Kreuzung. Richtung? Die Hauptstraßen-Kreuzung, Verbindungsstraße, da wo ist die Viererkreuzung. Ja. Oh. Und fährt weiter Richtung See, Richtung See, also Richtung Westen. Ich komme ihm entgegen. Okay, pass aber auf, ich bin direkt hinterher, nicht dass du mich mitrammst. Verbindungsstraße-See-Seite, am Ende wollen wir See. Ja, ich behalte euch, er sitzt auf der Halbweg. Ich bin hinter dir. Ja, alles gut. Ich bin gegenüber. Er ist ein bisschen abgeflogen, er ist ein bisschen abgeflogen, ist er noch. Ja. Ich komme her. Ja, tut sich schwer, tut sich schwer, tut sich schwer, ich bleib dran. Wo bist du? Aventador ist da, perfekt. Dann Aventador ist da, ich mach Angriff, Aventador, du bleibst dran. Ich komme her. Komm. Macht ihn falsch. Dann gibts Doras. Mauer. Das war aber bald abgewogen. Äh, ja. Ja, das war aber, weil ich ihn angeschoben habe, das war vielleicht ein Fehl. Ich wollte ihn eigentlich in euch, ja da an die Mauer, genau, perfekt. Ja, schön. Ja. Oh. Der ist weg. Äh, habt ihr jetzt da wirklich einen Zementklotz an seine Beine gehangen? Also das finde ich jetzt schon sehr, das geht ja schon in die italienische Mafia-Richtung. Da hinten, da hinten ist er. Abwarten, da her, da. Na unten. Na unten. Na unten. Also wenn er Richtung VIP fährt, äh, würde ich einfach mal callen, äh, dass die M4s sich hin porten, wir dürfen das nämlich, wenn du Schaden hast, ich hab nämlich Schaden, also ich könnte. Wer macht das? Ach ne, erst wenn er da hinfährt, erst wenn er da hinfährt, sonst nicht, weil ich kann mir vorstellen, dass er sich reparieren möchte. Oh, Cayenne! Versuch die Linie zu halten, bitte, wenn die Schnellen von hinten kommen. Ja, der Pferd. Ja, der Pferd. Ja, ja, das ist gut. Okay, komm, M4, wir porten uns dahin, wir machen Straßensperre VIP zu, ich hoffe, der kommt da. Wir drücken ihn einfach dahin. Ja. Also ich hoffe, du hast halt Schaden, das sagst du dann natürlich nicht hin. Abwägen. Hat ein Transit geküsst. Sorry. Danke für den Jobstab. Oh Gott, da steht ein Transit. Okay, Arsch an Arsch, fahr mir einfach den Arsch. Er fährt VIP, er fährt. Ah, was soll ich jetzt? Einfach zu, Mann. Perfekt. Nicht zu nah ran, sonst zieht man dich nicht. Also ein bisschen Abstand. Alter, den Jobstab. Ja, perfekt. Latsch, ich bin in dir. Ja. Weiß, was hier nicht, der Nigger ist, andersrum zu stehen. Ach egal, ich bleibe jetzt stehen. Scheiß drauf. Wir sind jetzt am VIP-Haus, sehr schön, Leute. Haaaa! Okay, lass alle erst vorbei, vor allem, bevor wir umkämmen. Oh, anz, er fährt. Ich hab ihn auch seit dem VIP-Haus. Er fährt. Lass ihn zurück zur Straße. Jetzt bin ich extra auf die Seite, dann bin ich weg. Überschlag, Überschlag, Überschlag. Kurz zurückkommt, teleportiert. Ja. Ist jetzt wahrscheinlich wieder irgendwo an der Brücke? Äh, jetzt rücken wir mal noch im Schluss. Haaaaa! Jetzt warten wir alle! Das war glücklich! Ja, zurück zum VIP-Haus. Wo ist er? Ja, jetzt kann er sich ja verlieren. Ja, jetzt soll das du ruhig ja verlieren. Ja, okay, egal. Ja, okay, egal. Alter, das war so schön gemacht, ey. Wir warten jetzt hier, bis er wieder draußen ist und ich geh's von vorne los. Pass hat mein Auto jetzt schaden? Bisschen Abstand, bisschen Abstand, weil wir müssen ihn auch rauslassen, ne? Ja, klar. Ja, klar. Okay, ja. Ist er safe reingefahren? Ja, ist safe reingefahren. Und lass mal dem Aventador ein bisschen Platz, Camaro. Geh mal ein bisschen zur Seite, weil der Aventador muss da. Jetzt Aventador. Gib Gas! Vorwärts, vorwärts, vorwärts! Mach den weg da! Mach den weg da! Mach den weg da! Mach den nicht, er fährt Straße weiter. Lass den Aventador vorbei! Leute, das ist unsere stärkste Einheit. Der muss dran sein. Ja, und der Aventador hat jetzt ganz schön geküsst, weil beim Bremsen ungefähr ein Haufen Blut. Leute. Ja, fährt wieder zurück zur Straße. Wow! Ist okay, der Aventador nutzt dich einfach als Wand. Und Aventador, bitte ruhig ansagen. Wo du vorbei willst. Ja. Das war jetzt natürlich dumm. Wow! Das hat mich selber kaputt gemacht. Egal. Ich bin noch dran, ich bin noch dran. Oh, was ist denn mit dem Aventador los, Alter? Man zieht's ja den Hintern weg. Immer wenn ich im Anti zu nahe komme. Weiter ist er, ist er. Er fährt Richtung Süden. Das nennt man Dirty Air. Und dir fehlt ein Heckflügel. Ja, das ist dazu gewählt, ja. Er fährt weiter, nee er fährt weiter Richtung PXH Norden. PXH Norden, PXH Norden, PXH Norden, PXH Norden. PXH Norden! Entschuldigung, es ging mit mir durch. Er fährt Richtung Osten jetzt, äh, Kangaroo. Jungs. Er biegt Richtung Testschrecke rückwärts ab, wieder. Ich glaube ich muss den Lambo-Rapper drin, ich hab einfach zu schaden. Ja, dann aber fix, ey. Ich hab nämlich auch 30%, ich kann nicht dranbleiben. Ja, ja. Er fährt Richtung Süden. Immer noch PXH Testschrecke, richtige Richtung. Ja, gut dann. Leute wo ist Seiten? Ja, gib mal Gas. Sorry, das ist so lautwerder. Aber ich fahr hier mit 30% und keiner von euch schließt auf. Das kann's so nicht sein. Ja, der ist gleich weg. Ja, der ist gleich weg. Ja, der ist weg. Ja, der ist weg. Ja, der ist weg. Overwatch starten bitte. Nee, ich muss mich jetzt reparieren, ey. Ja, dann reparier dich und mach Overwatch. Ich muss mich auch reparieren. Das, äh, oder beziehungsweise ich... Warte mal was du ansagst. Ich geh Fairlight Manor, das ist der erste und dann mach ich gleich Overwatch. Also, genau jetzt. Jetzt los. Der Becher, dann mach dich schon mal bereit irgendwo eine Straßensprache zu machen. Jeder, der ist der Overwatch jetzt. Äh. Aber, gut Job Leute bisher. So, was auf, dann suchen wir mal. Ähm, er fährt die östliche Staubeckenstraße nach unten, heißt die so? Ja, bestimmt. Dann machen wir... Ja, ihr seid hier, ihr seid ihm, also Fahr-Heh und so weiter, die alle die dahinter fahren, ihr seid ihm echt auf den Fersen. Ja, 10% Süd-Osten Staubecken, Peter. Genau, äh, östliche Staubecken. Süd... 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 Ja, Südösten. Genau. Ist an der südlichsten Brücke schon längst vorbei. Oh Gott. Die südlichste Brücke, ah ne scheiße, sondern nicht, er kommt jetzt. Er kommt, ja, warte. Ja, habt ihr ihn? Nein. Nein, ist vorbei. Genau, ist vorbei. Fertig. Weiter in die Drift zurückgeschauen. Genau. Kürzen wir hier rechts durch ab. Lass die Overwatch bitte reden. Ja. Ähm... Nächste Kreuzung, der macht langsam. Er fährt nach Süden Richtung Ashbrook. Ja. 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 Boah, ich hasse Regen im Frühling in dem Spiel. Und jetzt bitte schubst ihn Richtung Autobahn oder sowas, weil dann kann ich von oben wieder runterkommen. Nein, fährt in Broadway rein. Hat wieder umgedreht. Fährt Richtung Autobahn. Fährt Richtung Autobahn. Gut. Wie lang... Ah scheiße, ich habe vergessen Timer zu stellen. Das heißt, ich habe nicht mal die Zeit vergessen. Könnt ihr dranbleiben? Ich versuch dran zu bleiben als Karrieren. Aber dann könnt ihr die Overwatch frühzeitig benden und dann könntest du dann nämlich da hin, direkt. Ist immer noch Richtung Autobahn. Ja, aber ich bin fair, nur Männer stehe ich gerade. Das ist nicht so weit weg. Das lassen wir noch bis im südlichen Kreisel, dann müssen die drei Minuten eh rum sein. Nö, so lange, ja. Ich glaub es nicht dranbleiben. So lange bist du noch nicht drin, aber ist okay. Okay. Camero, bleib mal bitte rechts da. M4 kommt von Cayenne. Ich schaue mal wo er da hinfährt, weil ich bin mir sicher, dass er Richtung Strand abbiegt. Aber ich schaue mal. Das könnte sein, ja. Den Korb brauchen wir noch. Das ist Andi. Wenn er Richtung Strand abbiegt, dann... Er biegt auch Richtung Strand ab. Gut dann, äh, keine Dings, weil er wird höchstwahrscheinlich wieder den Schotterweg wenn ich mal reinkam. Oder? Das sehen wir gleich. Das sehen wir, wenn ihr dran seid, dann wisst ihr das ja. Ja, der eine kann jetzt nicht drin machen. Er darf hier nur schon der Weg waren, wenn ihr dran seid. Versuch abzukürzen. Nein, er fährt weiter Richtung, er fährt weiter Richtung Strandhaus. Ja, okay. Ich bin halt viel zu weit weg, ey. Oh Mann. Ja, ich bin fährler Männer gerade. Gut, gut. Ich geh dann an dein Strandhaus. Ich werd mich, ich werd die ganze Strandstraße erst von vorne rum. Ja, hier müssen wir dranbleiben, weil das ist die Overwatch jetzt für den Arsch gewesen eigentlich. Äh. Ja. Ich bin, wenn er, wenn er da langfährt, dann brech ich jetzt Overwatch auch noch vor Richtung Strandstraße. Ja. Sorry an die Zuschauer, dass es manchmal ein bisschen laut wird, aber hier ist Adrenalin am Start. Strandstraße Richtung Norden. Ich fährt weiter Strandstraße Richtung Norden. Also an Bamberg vorbei. Ja, ich... Diese Transits, ey, die gehen mir so auf den Piss. Ich bin jetzt mal bei diesen ganzen großen Räumen. Ich bin jetzt gleich mit Löffel kreiselt, der müsste dann ja ungefähr wieder rauskommen. Ich bin jetzt Bamberg durch, komm entgegen. Da hat's gewittert. Ich bin jetzt gleich beim Berg. Sorry. Jawohl. Das ist kein Thema. Wo ist er genau? Ungefähr immer noch? Südlich vom Castle ist er letztlich rum. Auf-Road. Glück auf und auf. Fährt jetzt Strandstraße Richtung Süden. Fährt Bamberg Richtung Falsche rum. Fährt da diese... Bamberg-Grundkurs Falsche rum. Okay. Ich muss mich reparieren. Ich hab jetzt richtig gefressen dadurch. Also Richtung Norden sozusagen. Ja, genau. Mhm. Ja, ich komm Richtung Grundkurs. Ja, fährt... Ist jetzt da bei diesen Kurven... Also bei dieser langen kreisigen Kurve. Pff... Was? Ja, das sind Kurven, die genauso... Ist da noch Rundkurs? Ja. Kommt. Ja, ich seh's ja. Ich bin jetzt grad südlich auf Flughafen. Das heißt, ich bin auch gleich am Rundkurs. Oh, da darf ich gar nicht hin noch. Mann, das ist doch scheiße. Er ist jetzt, äh... Kranich-Straße wahrscheinlich. Ja, ja, der fährt geradeaus durch. Fährt die Straße weiter. Ich bin abgefrogen. Hab keinen Baum geküsst. Er fährt aber die Straße weiter. Also Kranich über die Autobahn Richtung Westen. Na, er fährt nicht über die Autobahn. Ist jetzt egal, erstmal mit dem Zug drüber. Ja, aber wir da hinfahren. Komm nicht hinterher mit dem Cayenne. Äh... Ja, fährt drüber. Ich komm aber halt nicht hinterher. Kommt dazu. Ich komm noch mit dem Cayenne. Wie lange haben wir noch auf der Autobahn? Fährt dann weiter auch. Fährt halt die Straße weiter, die man da über die Autobahn fährt. Mal zu Richtung Windpark. Ja. Genau. Ich fahr mehr Offroad hier. Das will ich gar nicht. Bei der Kreuzung... Er steht jetzt gerade bei der Kreuzung am Windpark. Ja, und... Fährt von der Straße Richtung... Im Westen ist dann... Westen Windpark wieder. Ja. Also Gottfader, wenn ihr so möchtet. Hi Cayenne. Wie am Anfang. Fährt er weiter über die hohe Klippe Windpark direkt. Jetzt kommt ein Ziel. Ja, ist jetzt durch den Blitz da durch. Cayenne bleibt mal ein bisschen rechts, wenn es geht. Ja. Bin gleich auf deiner Höhe. Alles gut. Ich bin zieht. Ja, fährt weiter da Windpark. Oh, ich seh ihn ganz schlecht. Die Sonne... ...blendet quasi. Äh... Ich guck. Der wird wahrscheinlich weiterfahren, oder? Fährt Windpark Wald. Ist Windpark Wald abgefahren. Dann am Ende davon bei Hauptverbindungsstraße Strafgefährung. Ja, er könnte halt Offroad fahren. Deswegen aber... Allerdings, ich bin nicht so nah dran, als dass er Offroad darf. Aber... Bei er bremst ziemlich stark ab hier. Ja, der fährt weiter... Wald... Also der wird Richtung Verbindungsstraße im Norden rauskommen. Von Windpark Wald. Er fährt Windpark Wald nach wie vor. Ja. Das ist zufrieden. Aber klar. Ja. Ist egal. Ich sag ja nur. Also... Jetzt gucken wir mal, wo er weiterfährt. Er fährt natürlich geradeaus weiter. War klar. Also nach Norden hoch. Richtung Drift Club. Bauen wir den Port schneller. Ist schon weiter. Ja. Ist total abgeflogen. Ist jetzt da an der Kreuzung raus. Ist jetzt da an der Kreuzung raus. Ah ja. Okay. Er kommt. Er fährt wieder Richtung PXH Teststrecke Süden. Okay. Ich sehe euch in den M4s. Ich komme mit einem Lambo hinterher. Ja. Du musst rankommen wenns geht. Er ist immer noch da auf dem Weg. Entschuldigung an die Zuschauer für die Mini-Lex. Das ist immer noch der Grafikkartentreiber. Ist noch nicht... Er fährt Permuda-Dreieck. Permuda-Dreieck Richtung... Kangaroo. Oh Gott. Ich bin ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Ich dachte die Kurve kommt erst später. Ich mache mit. Am Ende der Brauswähre? Ja. Er f... Boah. Fuck. Ich sehe ihn halt jetzt nicht mehr. So ein dummer Abflug meinerseits. Da reg ich mich gerade auf über mich. Er ist schon vorbei. Ich stand aber nicht hier. Wo ist er denn? Er fährt Richtung Westen. Wenn ich es richtig gesehen habe. Kankaroo. Ja. Richtung Westen. Kankaroo. Ich bleib rechts. An den anderen M4. Jep. Oh, diese Legs ey. Geh weg. Immer noch Kankaroo Richtung Westen. Jetzt ist aber ein neuer Treiber rausgekommen. Ich habe den neueren installiert glaube ich. Ey, wir müssen aufpassen wegen Overwatch gleich. Das wird safen die Overtime gehen. Wegen Overwatch sag ich. Wegen Overtime, ja. Er fährt weiter. PXR Teststrecke jetzt. Kankaroo nimmt den großen Sprung. Oh Gott. Sehr gut. Ja fährt. Ist abgeflogen. Fährt Richtung Seeseite. Ist. Also wird auf der Seeseite rauskommen. Oh oh. Eine Minute gleich noch. Sehr gut. M4 fährt Richtung Südensee. Südensee aktuell. Ich bin auch mal dran. Südensee aktuell. Kommen die Pitten Lambo. Südensee. Ja wir müssen jetzt. Okay du bist dran Lambo ne? Ja ich bin direkt hinter euch. So vielleicht 100 Meter oder so. Ja dann wir machen jetzt Attacke. Attacke, Attacke, Attacke machen. Egal was ist. Also voll drauf auf die Kiste. Boah das leckt so ekelig. Er ist auf der Aufstreite vom See. Wenn die wir sich dann gerade unterstanden haben. Cool. Sehr gut. Ne. Hat bei ihm nicht gezählt. Krass. Ja aber bei mir hat es gezählt. Ne. Der war noch richtig runter. Er portet euch da nach Emble-Seiten. Kommt entgegen. Die die weit weg sind. Cayenne könnten jetzt eigentlich schon wieder ein Dinges machen. Dann lass. Mach dann, mach dann, mach dann, mach dann, mach dann, mach dann. Seppettin. Seppettin. Seppettin, naja. Also davor. Jo. Ja ja, vor der Auffahrt. Alter das lecken ey. Sorry an die Zuschauer. Das müsst ihr echt mal fixen. Sorry. Alles gut? Ladezeit, 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 Ladezeit. Ich bin falsch ausgetan. Er ist gleich da. Ja. Ich stehe. Ohhhh. Das war jetzt natürlich. Super Schuss. Er fährt weiter nach 7, er fährt weiter nach 7. Gib Gas. Aua. Okay, Sauvertime. Nicht mehr reparieren. Ja, super. Ihr könnt mich nicht mehr reparieren. Lambo ist geschrottet. Der Cayenne hat mich gewischt. Ich bin auch geschrottet. Ich hab mich nicht bewegt. Wo fährt er hin, Leute? Festival. Er muss Festival sein. Dann Lambo und ich, wir machen zu. Festival. Komm. Festival zustellen, weil ich bin raus aus dem Game. Der Camero hat mich zerstört. Dann Pottmanns dahin. Dann machen sie ja. Ich bin auch tot. Dann sind auch draußen. Ohhhh. Jetzt werden sie sich den Berg hochquellen. So. Das langt so, oder? Ja. Naja, aber jetzt hier hat er eh nach eine Freiheit. Also jetzt müsst ihr halt echt ihn irgendwie versuchen festzusetzen. Ähm. Der andere Cayenne, wie viel Prozent hast du gerade? 21. Wait. Dürfen wir ihn jetzt auf Strasse sperren? Warte mal durch. Ich warte mal lieber hier ab. Nicht, dass er hier vorgarten hochfährt. Nicht mehr porten auf jeden Fall. Ihr dürft euch nicht mehr porten. Ja. Er fährt vorgarten hoch. Was heißt so? Er wird vermutlich nach dem einen Haus im Wald fahren. Ähm. Ja. Kingfisher meinste? Ja. Dann zwei Leute dahin porten. Die halt Schaden haben. Ja gut, dann... Ich... Ich... Ich sag aber nix. Ja, dann mach ich. Auffilder an. Ich sag aber nix. Ja, ja. Hier raus kann ich Auffilder anmachen. Ist ja gar nix mehr. Naja. Ich steh vor dem Haus. Komm her. Ja, Haus ist zu. Kingfisherkosch ist zu. Da ist er auch gerade vorbeigefahren. In welcher Richtung? In welcher Richtung? In Richtung Osten. Bis zur Flussstraße durch. Jetzt da. Ah. Fuck. Pferd Richtung Süden. Pferd weiter Richtung Süden. Ist an der mittleren Brücke vorbei. Ja, dann wird da... Welche Einheiten sind jetzt noch mobil? Ich als RS6 direkt hinten dran. Zumindest im vier. Audi. Fünfzehn. Okay, er bremst direkt vor mir ab. Ich bin ihm hinten drauf gefahren. Wo bist du jetzt genau? Wir sind jetzt an der südlichen Brücke vorbei. Ich nehm mir das jetzt mal raus. Aber dann Kamikaze und Jackie. Ihr seid die beiden beiden hinten. Abzug. Er fährt Richtung Gebbels. Er fährt Richtung Gebbels. Gebbels jetzt Porten, ihr beiden. Porten? Porten, ja. Gebbels. Kamikaze drauf, bitte. Ist er jetzt am Baustellendreieck? Ach, bitte, 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 bitte. Ist Gebbels zu? Ja, wir haben nur einen da. Kamikaze? Ich bin unterwegs, ich komm, ich komm. Lade Bildschirm. Leute, ist Gebbels zu? Okay, dann wird er vermutlich jetzt nach Ambyside fahren wollen. Mhm. Ich hab mich schon über den Vorgarten auf dem Weg dorthin gemacht. Und versuche ihn dann dort abzufangen. Ist jetzt grad in der Blitzerzone. Mach den weg, den Jungen. Das war nicht gut. Scheiße. Ah, ich dachte ich hab noch. Spannend. Da fährt weiter Goliath richtig rum. Aber wenn der weiter Goliath fährt, muss noch einer zu Ambyside. Und dann einfach hoffen, dass die drei, die da noch über sind, noch irgendwas hinkriegen. Weil dann kriegt er, glaub ich, auch keine Häuser mehr. Weil zu der mit Majens darf er, glaub ich, nicht, oder? Äh, ne. Ja. Aber VIP dürfte er. Ja, aber das ist ja dann noch die gesamte Strecke da an den Klöppen vorbei, oder? Ja, aber dazu müssten wir auch dran sein. Ich bin grad ein bisschen zurückgefahren, weil ich kurz ein bisschen... eine Kurve zu übermütig wollte. Boah, ey. Ist einfach nur grad ein Rumgebet, ey. Ist jetzt in der Blitzerzone hier südlich in... Ich bei Goliath. Ja, dann... Wait, wer von euch ist da... Ist ein bisschen Offroad gefahren, also quasi abgeflogen. Ich mach jetzt auch mal den Call, unabhängig davon, ob ich's weiß oder nicht. Fly high, geh mal zur Amble-Side und stell das mit nur 24 Stunden Racer zu. Jupp. Komm, mach den weg da. Also diese Zustellungsansagen, die müssen zum Teil ein bisschen fixer kommen an der Oberton. Ja. In der 4. Ja. Okay, wir sind jetzt gleich am... Wir sind jetzt am Startpunkt durch. Ich bitte jetzt gleich... Hast du denn jetzt das Outstil von Amble-Side? Jo, okay, er ghostet. Also drei Leute sind noch dran. Das heißt, ein Haus wäre noch zugestellbar. Er fährt nicht nach Ambles... Südlich, die Amble-Side fährt er nicht rein. So, was wüsst ihr, dass die zugestellt sind? Ja. So ein richtiger Drecksack, ey. Er fährt nicht Ambles zu. Er fährt jetzt Taxi-Straße gerade durch. Wobei, aktuell ist es nicht mal zugestellt. Keine Ahnung, wo Fly high steckt, also... Doch. Doch, ich... Ah, jetzt hat lang genug gedauert. Deshalb kommt Cayenne auch nicht für mich in Frage. Jetzt bitte einfach irgendeinem Haus, ey. Oh. Der peilt jetzt Festival wieder an. Naja. Wir werden das wüssten, wie wir zustellen. Das ist echt krass. Ja, es sind Passanten gefahren. Naja, ich nehme einfach mal an... Naja, er wird jetzt ungefähr alle Hülse abfahren, bis keine Kosten mehr da sind, und dann kann er sich eins aussuchen. Ja, aber wir müssen halt irgendwie... Okay, er hat schon gut Schaden gefressen, er fliegt grad dauerhaft ab. Ja, dann einfach die drei warten, wer wird wahrscheinlich... Wo ist er? Ihr könntet ihn jetzt aber noch festsetzen. Den Call könnt man jetzt machen, ihr seid alle dran. Ja, wir sind alle dran. Die zumindest noch nicht irgendwo zum Zustellen stehen. Also, ich sag jetzt einfach mal, es wäre so nice, wenn wir den jetzt einfach noch kriegen würden. Ja. Wäre auch zu witzig. Und am besten nur, wenn einer noch dran ist. Jaaaa! Er wird so vorm Baum gesetzt und dann festgesetzt. Ich könnte ihn da gleich nochmal vor die Brücke jagen, wenn das geht. Ja, los, versucht mal. Und? Ich vertraue euch. Ja, oder weniger. Schade. Es wird richtig schwierig, den jetzt noch bis da oben hin irgendwie. Der Romad hat halt zwei Möglichkeiten, er kann halt farm oder VIP ansteuern. Er ist schon wieder ein bisschen Offroad. Die Frage ist jetzt, wenn die Overtime vorbei ist, dann hat er doch auch verloren, ne? Overtime kann nicht vorbei sein in Most Ronde. Die geht so lange, bis er festgesetzt ist oder geflüchtet ist. Jawohl. Irgendwann haben wir entweder keine Cops mehr oder... Wir müssen irgendwie versuchen einzukesseln. Ja, wir müssen ihn ausbremsen und davor stehen oder so. Also jetzt habt ihr noch die Chance, sobald ihr nochmal zustellen müsst, sehe ich da eigentlich fast schon keine Chance mehr. Da vorne ins Haus. Er fährt... Nein! Scheiße! Ja, dann zwei dahinter. Scheiße! Ja, das war's. Zwei VIP. Jetzt die beiden letzten da. Leglotschen machen. Ich wollte gerade sagen, er fährt allerhöchstens VIP, weil er auf dem Weg zur Farm ist. Das fährt mit euch, der fährt jetzt... Ne, der fährt jetzt Farm. Warte mal ab. Ja. Genau, würde ich auch sagen. Der fährt jetzt das Andi. Ne, er fährt... Ey! 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 Tipp, wenn er jetzt die nächste Straße links reinfährt, dann hast du da ganz viele Steine, wo du ihn reinschieben kannst, just in case. Das macht er auch noch. Und da vorne ist die Brücke. So hoch zur Farm zu kommen. Ab gegen die Brücke mit ihm am besten. Ja, ist auch nicht nah genug dran. Schwierig. Ansonsten einfach irgendeine Kurve durchhalten. Schwierig. Nein, ich hätte ihn fast gegen die Brücke gedrückt. Aber du bist selber gegen gefahren. Ich bin selbst dagegen gefahren. Er ist abgeflogen. Ja, das war es. Ja, er ist abgeflogen. Ah, shit. Ja, wenn Latschka gegen die Brücke gedonnert ist, das war es. Oh, wobei. Latschka kommt noch ran. Der fährt jetzt das hässliche Endline rein. Alter, einfach beten. Oh, nein. Nimmt ja nichts. Latschka fährt in einer 6. Nein, komm schon. So, darum sind jetzt ganz viele Steine. Andi ist entweder super entspannt oder er schwitzt des Todes. Ja, also ich schwitze gerade extrem. Boah. Aber so spannend hatten wir es, glaube ich, noch nie in Moswand. Das ist richtig stark, ey. Alter. Ich sehe es jetzt gleich die... Und Andu auch schon mal festgesetzt. Ja, okay. Stimmt, da vorne sind ja diese ganzen Bugs. Wenn er jetzt abfliegt, setzt er sich wahrscheinlich dann von so... Ja, auf das hätte ich halt spekuliert, dass du da bis da wartest. Weil Brücke ist immer so eine Sache alleine. Oh Mann, ich überschlägt's. Ja, dann war's. Ja, dann GG. Dann zieh ich ihn mal schon mal hoch. GG, Andi. Starkes Spiel, ey. Ach, ey, schade. Aber so spannend war Moswand, echt noch nie, ey. So spannend war's noch nie. An der Aussage merkt man, er hat geschwitzt. Ja, wir haben gerade gesagt, entweder ist Andi Tiefen entspannt, weil du hast jedes zugestellte Haus gecallt. Du bist gar nicht hingefahren. Richtig stark. Wir haben alles, geh mal auf die Karte, geh mal auf die Karte, wir haben alles zugestellt. Das dachte ich mir schon. Darf ich kurz raten vorher, welche fünf ihr zugestellt habt? Ja, alle. Alle da unten sind zugestellt. Ja, festen wir als erstes. Ja. Genau, dann... Dann, äh, Gabbles. Nein. Nein. Gabbles habt ihr nicht zugestellt? Nee, Kingfisher, weil die Ansage kam, du fährst nach Norden. Nee, Gabbles ist zugestellt, doch. Ja, aber nicht als nächstes. Okay, okay, aber dann Kingfisher, Gabbles, Sunflower Meadows, VIP und dann war keine Einheit mehr übrig. Ja. Genau, ja. Dann war nur noch ich am Schluss und hab die ganze Zeit versucht, ich noch irgendwie... Ja, da war es ein One-on-One. Ja, hab ich auch gesagt. Ich wollte mich noch in den Rücken reinjagen. Vor allem auch zufällig der Präsident, richtig geil, ey. Das war so, das ist das Rücken rein, da hab ich dich abgeschossen. Nach zehn Minuten war mir das schon klar, als dann wirklich alle an mir dran waren, okay, entweder ich rette es in die Overtime und zerre dann die Einheiten langsam weg, oder das war's. Ja, das Problem war, wo wir es verloren haben, wenn man es jetzt kritisch sagen darf, ich will jetzt nicht der Buhmann sein, ne, weil ich hab genug, selber genug Fehler gemacht. Das ist immer ja außen vor. Aber wo wir es verloren haben, war da, wo du VIP repariert hast, dass halt zwei, drei Einheiten vom Aventador standen und er sich den Weg an denen irgendwie vorbei hätte suchen müssen. Das heißt, du bist schon über alle Berge gewesen, während der Aventador halt komplett weg war. Und das war, ich hab's noch gecallt, so ey Leute, ne, aber dann warst du schon weg in dem Moment. Also das ist halt sowas, wo ich sagen würde, jetzt als Kritik allgemein, wo die Cops einfach auch die Stärken und Schwächen ihrer Einheiten auch positionstechnisch besser machen müssen. Genauso die schnellen Einheiten macht auch die Calls an die langsamen, hey, ich bleib rechts, ich verlinke's vorbei oder blablabla. Weil das ist sowas, was mir sehr aufgefallen ist. Die schnellen Einheiten in dem Moment, wo sie hätten überholen können, sind eigentlich durch die eigenen aufgehalten worden. So ein bisschen jetzt Kritik am ganz, ganz hohen Rande so, das war stark gespielt. Aber ich glaube, das war so der Entscheidungspunkt, wo die Cops es sich selber unnötig schwer gemacht haben gegen Ende. Weil wenn da der Aventador direkt antratikieren hätte können und dranbleiben hätte können, ich glaube, dann wär's ganz schwierig geworden nach deiner Reparatur für dich. Ja, er hat Medikaner aber trotzdem noch gut zerlegt, also echt nicht schlecht. Ne, war auch stark gespielt. Das war so wirklich das Einzige, wo ich gesagt habe, ah, das war jetzt denkbar dumm. Aber wie gesagt, ich hab selber auch genug. Er hat aber nur ein Overwatch verwendet, oder? Ja, genau, weil der Aventador immer dran war. Wir haben auch versucht, den immer dran zu bringen, weil das damit die stärkste Einheit ist, so. Ja, weil ich war mir halt tatsächlich nicht sicher. Ihr habt halt die Anzeige gemacht, okay, der Overwatch startet jetzt, aber dann kam nichts mehr. Ich dachte mir, okay, ist der jetzt vielleicht sechs Minuten drin oder doch die Hammer? Ne, er hat's eigentlich beendet, meine ich. Er hat's beendet. Das kam bei mir nicht an. Also ich meine, er hat's beendet, aber wir haben halt nur einen insgesamt gezündet, ja. Ne, aber war stark, hat Spaß gemacht. Und auch nochmal lobern, die Cops war richtig geil. Und wenn diese, aber das sehen wir mal, gegen Andi oder auch, glaube ich, gegen mich, diese erfahrenen Racer-Spieler, das klappt. Du kannst als Cop nur gewinnen, wenn du perfekt spielst. Und genau so soll das Format sein. Die Cops können gewinnen, wenn sie perfekt spielen. Bzw. Der Racer kann gewinnen, wenn er perfekt spielt. Und das war jetzt, ich würde sagen, über alle CVR-Most Wanted-Ausgaben überhaupt die spannendste Runde ever. Ich glaube, so knapp und so spannend war es noch nie. Und deswegen nochmal ein dickes, dickes Lob an die ganzen Cops für das, dass es wirklich jetzt so zum ersten Mal, der eine macht Presi, die andere macht zum ersten Mal Kayenz und so weiter und so fort. Richtig stark. Und ich würde sagen, die Regel mit dem, dass die Hinterradantriebseinheiten da direkt das überspringen können, den Offroad-Weg, das hat gerade jetzt bei dir, also ich selber habe es mega krass erlebt, das hat richtig gut funktioniert. Also die Regel behalten wir bei. Und ja, nochmal sorry, dass es zwischendurch laut wurde, aber da ist halt Adrenalin am Start. Wir fiebern da richtig mit und ich hoffe, du als Zuschauer tust das auch. Ja, wenn dem so wäre, wenn es hier gewonnen hat, lass ein Däubchen auch oben da, check die anderen Sichten aus. Ich glaube, gerade auch Andis Sicht hier parallel dazu ist super interessant. Genauso auch die, die bei Andis schauen parallel. Die Sicht der Cops ist bestimmt super interessant. Wir sind jetzt auf jeden Fall raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Ein wunderschönes Wochenende an dieser Stelle. Danke an alle, die nochmal teilgenommen haben. Gerne, gerne wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.